Soll man das Kiffen legalisieren? Hunderttausende von Leuten kiffen in der Schweiz und alle machen das illegal. Die einen kiffen nach der Arbeit, die anderen kiffen vielleicht nur ihre Jugend und die dritten kiffen womöglich gern zu solcher Musik, wie Callie P. und seinem Song «Herbalist». Soll man das Kiffen Untertitelung des ZDF für funk, 2017